wenn der mal wieder da ist der da ich baue meine werkstatt kostet 30 wir haben mehr als genug moment 200 jahr locker weil die finger obelisk 150 ok so kam ja der kommt da nicht bereits super geil genau solchen wir das vorgestellt dann wird hier erst mal gefingert und damit hier gefingert und alles ruhe ok mobile flutschfinger wäre super geil oder nicht ich glaube in teil 2 gibt es das ja tatsächlich mit der tesla spule ja aber hier bin ich mir nicht sicher ob es eine mobile obelisk gibt mit mit dem expansion möglich finger bang ok die haben auf jeden fall weg obwohl das ein bisschen viel ist deswegen fangen wir lieber hier an sobald wir die werkstatt haben dann können wir nämlich hier auch openen kommen wir sowieso nicht durch dann können sie auch nur noch per luft angreifen unzureichend ja ich weiß iwa danke danke für diese ansage ist so klug kluk smrt komm schon mal ranzoomen mehr 4k geht es halt schon ab das game wenn man bedenkt damals was 46 auf 480 mit glück ne was definitiv aber ja und dann haben wir auf jeden fall noch ein paar von den refinerien raus wenn wir da jetzt genug platz haben und dann saugen wir alles ein give me all of that money sozusagen das ist jetzt halt fraglich ob die werkstatt auch was bringt ja die haben wir da unten hin vielleicht kriegen wir neue bauoptionen ich glaube es zwar nicht na reicht nicht doch nice smrt okay dann fingern wir hier um ja das hier kannst du auch einsammeln nur so by the way und dann gibt es einen neuen obelisten ja ist nicht viel aber immerhin wenn wir da oben noch rankommen dann ist natürlich mega ja er ist manchmal ein bisschen verliert wie ich finde kann liefern das mal ab geldmittel unzureichend ich arbeite dran danke also ist eindeutig die base ist hier oben muss es sein kann gar nicht anders sein smrt stark gegen fahrzeuge sogar gegen das hier madame wo fährst du denn rum ich kann ja noch nicht aufmachen obwohl sie natürlich keine angriffsfälle mehr starten können aber trotzdem da ist auch noch ein zivilistendorf papplos pöbelpapp das reiß ich noch ein komm schon smrt er bewegt sich gar nichts mehr ist gut nur durch dieses eine teil hier da kommen flugzeuge und da oben auch und cool aber gut sie haben ja auch gar keine andere wahl mehr jetzt haben wir auf jeden fall fünf minuten zeit bist du bald fertig oh mein gott nein waren auf jeden fall neue luft abwehr 300 pro stück und das kostet 750 eigentlich ist flerack sogar besser flug abwehr rakete geschütz jahrack okay komm heute noch damit ich das mal hier fertig machen kann alle anderen auch so geldmittel unzureichend i know that ich könnte natürlich die tore öfnen ich das alles verticken die auch eingeschlossen obwohl ja eigentlich könnte ich das tatsächlich tun wir gehen mal das risiko ein weil wenn sie hier ran wollen müssen sie nämlich eh in die nähe der obelisken reparatur läuft okay konstruktion fertig hübsi yeah konstruktion fertig ja mami okay dann dann können wir abgehen i knew it nicht cool ich jetzt noch kohle hätte and it's gone na gut aber das hat doch schon mal gut schaden gemacht greifen sie jetzt wenigstens an ne ah was für bobbies okay das war auf jeden fall was das wert hallo ziemlich jetzt kommen sie alle hierher okay da müssen wir natürlich einen gewissen sicherheitsabstand einhalten mit dem ding so genau mhm weil da kommen die nicht ran so obeliskbauer und wenn ich jetzt keine scheiße mehr baue könnte ich die zwei obelisken eigentlich weg machen jawohl breche auf ja 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 das geht klar komm komm baue das ding fertig brauchen wir nur wieder ein flugabwehrgeschütz obwohl na die werden wohl kaum hier oben angreifen okay komm bam 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 so ganz gefühlt würde ich sagen reicht sogar hier Konstruktion fertig unsere Basis wird angegriffen ja ja reicht Digge doch nicht ja gut mach dir erst mal nix brauchen wir noch eine zweite dahin die kommen nicht nah genug ran ne und ich sollte lieber da hin bauen und zwar auch in einem respektablen Abstand damit die uns nicht fisten so und so yeah danke für dein like naja jetzt umfahren sie das ding naja boom 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 okay das tut sich auf Dauer natürlich könnten da oben jetzt wieder hinbauen wenn der da mal weg wäre okay das läuft ähm ja ist klar komm go no mercy no mercy ich hoffe natürlich immer noch dass wir da oben auch hinkommen jawohl wiederholtung breche auf das könnte eng werden der kann nämlich wahrscheinlich über die große Distanz angreifen jawohl sir jawohl sir breche auf Konstruktion fertig unsere Basis wird angegriffen hardcore repairs und tschüss ah okay das war gut jawohl sir in Ordnung jawohl das pack nix weg 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 oh die darf wieder durchkommen oh mein Gott okay what a waste jawohl sag in Ordnung jawohl ja der geht auf jeden Fall drauf ähm wird gebaut Konstruktion fertig Einheit verloren jo das war klar wird gebaut dann müssen wir doch noch einen größeren Sicherheitsabstand einnehmen na gut Konstruktion fertig wird gebaut die lassen wir mal so da stehen so Konstruktion fertig in the name of Cain Geld gewastet on Mars äh Raffinerie oh shit ah ne ist der okay weil wir haben bald keine wir müssen uns um die Luftabwehr kümmern komm schon komm schon bring me all of that money jawohl sir die positionieren wir jetzt einfach mal überall jawohl sir nur um auf Nummer sicher zu gehen ja lass uns vielleicht nicht direkt angreifen dann wird hier nochmal ordentlich raffineriert obwohl das sieht noch nicht so geil aus ne komm wir lassen das wir holen noch einen Obelisken die hier müssen wir auf jeden Fall loswerden das ist das ist das ist eigentlich unser Ziel weil sonst haben wir ein Problem ja ich muss da oben natürlich alles abbauen ne wer schießt denn da ach die sind's ja okay ja vielleicht können wir da noch ein bisschen was aufdecken schauen wir mal solange wir da angegriffen werden danke für dein Follow der mobile Flutschfinger je je dann geht mir der Obelisk nicht da durchlaufen danke obwohl es natürlich auch stupid ist da oben lang zu latschen ne okay jetzt mal hier ihn positionieren aber nicht durchs Tiberium rennen wo ist er denn schon wieder ah da kommt er gut dann wird jetzt hier nochmal eine raus Obeliskettet und dann saugen wir erstmal so viel Tiberium ab wie möglich ist ja ich hoffe das geht jetzt klar unsere Basis wird angegriffen das sieht gut aus das ist genau die Distanz die ich haben wollte ja jetzt haben wir hier nämlich auch Ruhe aber optimal ist anders ne nichtsdestotrotz können wir jetzt auf jeden Fall hiermit ist der Erntner nämlich beschützt yes 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 okay wie viele Fälle sind das 1,2,3 1,2,3,4 1 2,3,4,5 ah könnte ein Ticken zu weit sein egal wir werden sehen auf jeden Fall kommt jetzt die Raffinerie dazu dann schauen wir mal was hier geht Geldmittel unzureichend gut ich könnte sie jetzt natürlich da rauslassen ne çao b b b Untertitelung des ZDF, 2020